Hey Leute, hier ist Miles und ich zockt eine Runde Call of Duty Ghosts mit dem Fancy. Hi. Ja, geht schon mal gut los. Ja, ich... Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir haben alle gerade das Team verlassen. Verdammt, ey, wir sind jetzt nur noch zu dritt gegen... Okay, ja geil. Ja, aber es sind nur vier Gegner, es geht noch. Okay, auf geht's. Lass mal es rocken. Los, lauf. Äh, falsche Riechung, hier lang. Äh, Glasscherbe, Dings, Bums. Danke, dass du aufgemacht hast, ich wollte eigentlich gerade... Äh, ja, so. Ah, so. Da stöhnt mein Spieler hier mir ins Ohr. Ich hab gerade tausend Punkte für nichts bekommen. Cool. Einfach so. Wahrscheinlich wegen meinem äußerst fulminanten Gute-Aussehen. Bam. Erster Kill. Ah, im Arsch, hab noch gar nicht ein Einsingen getroffen. Und ich bin auch schon tot. Cool. Jo. War es wirklich ein bisschen leer, obwohl eigentlich so wenig Spieler sind wir gar nicht. Ja, noch geht's. Also für den Garten reich. Boah, ich hab den nicht gesehen, das kann ja nicht wahr sein, ey. Wow. Ja, ich bin natürlich auch schlau. Zoome ran, wenn der genau vor mir steht. Das bringt's ja. Äh. Ah, kann man machen. Sollte man aber nicht. Boah, schon wieder. Schon wieder da hinten in der Ecke. Versteckt er sich immer. Wir legen in Führung. Linz ist immer so hinter der Ecke vor. So, ich hab mal Zahltag gemacht. Wir verlieren B. Mal weggebannt. Du, aber Payday ist ein anderes Spiel. Verdammt. Ah, ich mach'n Rettung. Ich bin sicher C und werde beschossen. Von wo denn? Ach da, oh fuck ey. Kurz bevor ich die Flagge habe, das kann doch nicht wahr sein. Das ist mir von aufpasst, ich hab schon mal nen Satzkommen rausgehauen. Stirb. Oh, jetzt muss ich nachladen. Ja, geil. Geil. Mann am Boden. Mann am Hoden. Mann ohne Hoden. Äh, was? Wie jetzt? Diese Frage hab ich nicht verstanden. Wow. Ist nur vom Team, vom Team Karamaran erschrocken. Oh, verdammt. Auf der Karte seh' ich doch hier einen. Wo ist der? Der ist über mir, glaub ich. Da ist er. Nein! Nein, doch. Oh, ey. Ey. Vor allem, ich seh' dir noch auf der Map vorher, ja, und dann lauf' ich genau in seine Falle, so zu sagen. Genau in seiner Arm. Ja. Naja, nicht direkt waren fünf Meter Entfernung. So, Abschuss des Zweiten und danach Schindsend gestorben. Wir verlieren Weg. Ey, Mann, Mann, Mann. Bin hinter dir. Oh! Oh, verdammt. Aus nächster Nähe. Ja, ich wollte ein Messer an. Ich hab wieder ran gesucht, aber diesmal hab ich ihn gekillt. Er schwidert der hinter der Ecke. Das gibt's doch nicht. In logisch, Mann. Ich bin langsam richtig auf'n Sack. Nun, nicht auf'n Sack. Mann, Alter, du Muschi. Keine bösen Wörter. Muschi ist kein böses Wort. Das ist, liebe Katze. Ma. Ich glaube, ich hab' gerade Selbstmord gegangen. Äh, schön. Und ein Geschütz. Ja. Und so'n, so'n, Fuzzi. Duzzi. Fuzzi, Uzi. Duzzi, Uzi, Schnuzzi. Nein, du weißt. Ich renne Richtung C und werde wahrscheinlich schlecht krepieren. Da stand einer direkt hinter mir. Da stand einer hinter mir, hat mich ganz gemütlich ausgeschaltet. Mein Tod war gerade mit Ansage. Ja. Das kann auch nicht jeder. Alter, dieses verfickte Geschütz, ja. So viel zum Thema böse Wörter. Verfickte ist kein böses Wort. Das ist eine Eigenschaft. Haha. So, jetzt hab ich das geschützt. Der Kampf ist geil. Jetzt könnt' er mich alle mal kreuzweise am Säckele. Z-Com steht. Ja. Oh, Toll, spring' ich gerade zur Flagge runter? Da wird die gerade gewichert. Wir verlieren Alpha. Oh, Mann, ey. So, okay, jetzt versuchen wir's ganz nochmal mit Skill. Oh, ey. Das gibt's doch nicht. Wo stehst du denn? Oh, ich bin mal über dir. Oh, 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 ich bin hier vier zu zwölf Uhr so irgendwie. Die Map nicht ganz so meins. Wow. Alter, ich hab' Messerkill. Verdammt, da kam einer hart von hinten. Messerkill, Messerkill, Messermesser, Messerkill. Oh. Da ist ein Satkorn. Direkt vor dir. Sandkorn? Ja, ein Sandkorn. Sattkorn. Achso. Bei den läufst du von ihm. Naja. Wir haben Alpha verloren. Oh. Alphalfa. Am wohl so. What the fuck? Aber danke, dass du ihm nicht gleich gerecht hast. Verdammt. Hast du doch, oder? Oder bist du auch gestorben? Ich bin jetzt später gestorben. Ja, aber du hast den, äh, mich gemesserten... Ich hab' zwei getötet. Der andere war ich. Ne, ich hab' dich nicht getötet. Was schießt du denn hier? Auf das IMS. Achso. Alter, das war das gerade. Irgendwas fliegendes. Nee, ich bin gerade hier schön, äh, etwas geleckt. Boah. Dieses Scheißding hat wohl jetzt, dem hol ich jetzt ein Rund. Irgendwie wird sie gehabt, das ist versaut. Aber gut, das Spiel ist ja auch ab 18. Da dachte man das. Das Quatsch. Kann ich so nicht sagen. Was schließlicher wachsen. Manchmal fragt man sich so, was rennt eigentlich rum? Für mich der Endrober hat sich die Vereine gehört, dass unser Team führte. Und ich bin letzter. Ja, ich bin vorletzter. Ich bin das Letzte. Ah. Ganz wichtig, was halt mal gesagt. Ich hab ein Comeback Ein Krumm zurück Stirb An einem anderen Tag Nein Immer kurz bevor ich die Flagge angenommen habe Das ist auch meistens so Geh aus dem Weg man Oh, nein, verdammt, ich bin hier letztendlich 3050 Punkte gerade gemacht, mit einem Kill Wie geht das denn? Ich hab 8 7 zu 18 Ich hab 8 Aber zu 23 Sehr schön Das ist geschützt Und von hinten einer und so Alter, das ist hier voll das Pussyplay gerade bei mir Komisch ist egal, keine Ma So, ich geh mal zu A Er ist noch durch meine Sensormine durchgelaufen Und ich ignoriere das trotzdem erstmal Ja, genau, ich spring zu A runter Und da kämmt um so eine Fotze Direkt in der Ecke Äh Das geht ja gar nicht Aber diese Camper-Noobs Ich schalte jetzt erstmal das Geschütz aus Gut, ich schalte nicht das Geschütz aus Boah, all das geht denn hier ab Ich verstehe das nicht, warum mein Ja Ich verstehe das nicht, warum mein Fuzzi hier immer so langsam rennt Ja, irgendwie ist das ziemlich langsam, ja Die anderen Calle für die Spiele sind nicht schneller gerannt, hatte ich auch das Gefühl Ja Ich renne doch ins Geschütz holen What the fuck Wir haben Bravo verloren Wir verlieren Charlie Oh je, kämmt da bestimmt wieder einer rum So meistens, oh ich hab äh B wird gesichert Ein Dings Bums Bums Satcom Boah Der Sniper rennt weg von mir Als muss ich auch noch nachladen Ach nee Komms Sniper Ihhh Jetzt werde ich von hinten gemessen, wo kam der denn jetzt her? Naipi Nee, es war ein anderer, es war nicht der Snipertyp, den ich verfolgt habe Das wäre ja voll Rambo-Style gewesen Ich verfolge den Snipertypen auf einmal ist der weg, aber kommt der hinter mir zum Vorschein Bewort gibt's ja auch nicht hier Aber es war ein anderer Boah, da war er wieder Abschluss, das Führenden und noch mal ein Satcom Und direkt wieder zerstört, auch cool Alter, ist hier was los Ja, mir geht die Muni aus, das ist los Stirb Oh, Assist 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 Du Assi-Assist Ich перекsele auf die PdW, weil irgendwie Das ist meine Hauptwaffe so ein bisschen Ach Gott ey Ähh was wolltest du grad sagen? Bums Das ist meine Hauptwaffe, ich hab' keine Muni mehr, also gar keine Also nicht nur gar keine sondern überhaupt gar keine Ach du das ist ein verficktes Geschütz jetzt ich sehe ich schließe nicht er war an kommentieren eine lupe für die meils bitte gibt es auch als perk ich finde ich hätte mal eine idee oder mit dem hauen für den nach zehn tode kriegst das war's wir haben gewonnen ja unser erstes let's play it together und dann ein dann ein sieg das ist doch schön und ich bin vorletzter mit neun kills ja komm diesmal war ich wirklich naja alles klar liebe leute bis zum nächsten mal vielen dank fürs zusehen ciao schusen